Oh Gott, eben wollte ich schon Slaps machen. Junge, 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 Junge. So, die werden wir brauchen, vermute ich mal. Also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe schon mal Minecraft Let's Blade eine Weile, aber auch nicht länger wie 20 Folgen, nur die 20 Folgen verteilt auf irgendwie, keine Ahnung, ein Ja. Also es ging viel zu langsam und es hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, nur seitdem ein gewisser, ein gewisser anderer YouTuber angefangen hat, bekomme ich absolut Bock drauf, überhaupt zu spielen. Und dann ist mir der Gedanke heute auf der Arbeit gekommen, hey, wie geht es eigentlich meinem Kanal? Verändert hat sich ja jetzt nicht wirklich viel, aber wie geht es meinem Kanal? Ich könnte doch, oder? Habe ich mir gedacht, mache ich, mache ich. Schnell arbeiten, dass du rauskommst und gut. Was ist denn da los? Okay, ich glaube, mein... Laptop hat sich aufgehangen. Du Sau! Verpiss dich! Am in a growing. wir gehen mal was macht man hey wir haben drei eisen das passt wunderbar denn ich möchte gerne ein paar felder haben damit wir die grundversorgung gesichert haben seit wann legen schweine eier erzähl mir das jetzt mal seit wann legen schweine wie du eier du sauer rübst hier rum so guck mal der hier muss doch sowieso weg da bin ich der festen übertragung davon dreimal auf holz geklopft wunderbar so viel dazu so warte mal ich habe jetzt genug hier eine fackel hier eine fackel und hier drin ist dunkel das ist nicht gut da kommen die bösen monster und machen dein haus kaputt ja ok so wo will ich die felder haben wir haben ja viel platz in dieser wunderschönen map es ist denn hier mit der anderen seite ich weiß ich habe den gerade laber gehört aber die werden wir bestimmt noch mal sehen ich weiß nicht guck mal hier auf der seite guck mal hier so ein paar felderchen wirst wir hier ein bisschen freiräumen geht das so wenn ich hier so ja wir räumen hier erstmal so ein bisschen frei machen das ein bisschen ebenerdig huch alter maus wo willst du denn hin so da sind wir tja shit happened eben das keine ahnung da 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 wie gesagt ich habe schon ewig kein minecraft mehr gespielt äh ich muss zurück in die hütte was für dunkel und ich habe doch angst im dunkeln oh mein gott oh mein gott oh ja oh ja ne da machen wir uns was hübsches draus hier dat wird lustig so ähm ich brauche meine steine ich gebe einfach ein paar hier zack zack hey also was so schön wie der shader auch ist ich muss mir da irgendwann mal einen anderen raussuchen am besten vor der nächsten aufnahme suche ich mir da was anderes raus weil das ist ja so mit den frames nicht schön spiele ich lieber mit mehr frames und habe weniger mehr ist weniger mehr ist weniger ja mach das weg kommt zack kann doch nicht pennen ok also hier raus machen wir uns irgendwas schönes auf jeden fall hat er erst angefangen gut ich drimmig um und gepennen du kannst nur nachts schlafen du kannst nur nachts schlafen bla 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 ja ich warte ja ich warte ja ich warte ja ich warte oh fucking pizza oh ja so also ich muss jetzt erstmal gucken dass wir hier für essen gesorgt haben sonst verhungern wir hier während dem bau an der hütte ja das will doch keiner das will doch keiner aber ich muss sagen ich räume jetzt noch das hier weg hier die fläche die ich angefangen habe da mache ich mal eine aufnahme pause weil äh ich nicht ewig zeit habe beziehungsweise weswegen nochmal äh meine achse ist kaputt gegangen ich war eine älter mit helse genau jawohl oh stein jeder stein ist wertvoll am anfang zack so das hier müssen wir alle noch weghauen hier aber da machen wir uns schon ein paar schöne feldhäte feld ich muss grad mal überlegen der grund warum ich gerade ne pause machen wollte entweder es war um einer rauchen zu gehen oder? Keine Ahnung. Ey, nee, du, das ist nicht cool hier. Mach das wieder hin. Ja, man. So, ist gut. Lass das so, ey. Ich habe vergessen, weswegen ich eine Pause machen wollte. Dann spiele ich einfach ein bisschen weiter. So, ich glaube, wir haben hier mal den ganzen Gras weg. Okay, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir, ähm, okay, was für Felder will ich denn eigentlich hier haben? Mal überlegen. Was haben wir alles? Wir haben Karotten, wir haben Kartoffeln, wir haben Rodebeete, wir haben Weizen. Drei Felder. Und jetzt mal theoretisch bis hier alles freigraben, dass ich hier eine Riesenfläche habe, wo ich anbauen kann, weißt du? Quasi ab da, guck mal hier. Damit die Grundversorgung geregelt ist. Guck mal, wir haben mal gleich mehrere, hm? Es reicht nur für zwei. Okay, okay. 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 Na schön. Ich habe jetzt auch nichts an Gesprächsthemen vorbereitet, dass man hier irgendwie hätte ansprechen können oder so. Also, deswegen bin ich gerade ziemlich ruhig, muss ich es doch zugeben. Aber auch nur deswegen. Nur deswegen. Alles schön einsammeln. So, Baum, tut mir leid. Du musst dran glauben, Baum. Nein, ich habe doch nichts getan. Doch, du stehst hier rum. Das ist ein sehr böser Baum. Du stehst hier rum, wo ich arbeiten möchte. Ah ja, jetzt weiß ich, wieso ich Pause machen wollte. Und zwar, weil ich abchecken wollte, ob alles mit der Aufnahme hier eigentlich glatt läuft hier. Weil ich habe keine richtige Testaufnahme gemacht. Und da wollte ich mal gucken, ob Mikrofon und alles auch gut aufnimmt und in der entsprechenden Qualität einfach eine Testaufnahme starten. Aber das habe ich jetzt total außer Acht gelassen. Voll lauter, lauter. Da kommt das bisschen hier reißen, war jetzt noch weg. Und da mache ich eine kurze Pause und gehe einer rauchen. Während die Testaufnahme am Rendern ist. Hm. Dann muss ich auch mal eine andere Platte auflegen hier. Die wird so langsam langweilig. Ah ja. Schön. Ich vermisse den Schader. Halt nicht Sprache. Das ist ein... Nein! Oh Mann! Pff. Mann! Fuck! Sorry. In Kürze geht es weiter. Oh. Ich will aber den... Ja. Guck mal, da ist doch alles gleich viel schöner, ja? Ja. Ja. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Check. Äh, ich sag mal, das reicht fürs... Ne, reicht nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schon enorm, was wir hier ausgegangen haben jetzt. Ja. Okay, ist kaputt. Ich gehe mal kurz nach Hause. Beziehungsweise in unsere Bergbruchbude. Es wird eh gleich dunkel. Die Tür ist kacke. So. Oh mein Gott. Ein Haufen Zeugs im Inventar und keine Ahnung wofür. So, ähm. Dann würde ich einmal sagen... Man sieht sich in der nächsten... Man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüssi.